Die Zeitungsfrau ist ein neues Abenteuer von Proteo Laurenti und ist ein Verwirrspiel um Existenzen, um eingebildete Existenzen, um Wahnsinn, um Verfolgung. Die Zeitungsfrau heißt Teresa Fonda und hat einen ganz kleinen Laden an der Piazza San Giovanni, ein Drehpunkt in der Stadt und sie ist die Mutter von drei Kindern, sie ist eine sehr aufregende Frau, auch physisch und intelligent und sie ist die Witwe eines Schwerverbrechers, eines Gentleman-Verbrechers. Zumindest glauben alle, sie sei die Witwe, bis auf Proteo Laurenti, der Kommissario und sein Staatsanwalt, denn es passiert etwas in der Stadt, was eindeutig die Handschrift dieses Verbrechers Diego Colombo trägt und die beiden machen sich auf die Jagd. Und die Frage stellt sie, ob tatsächlich Teresa Fonda in der Lage war, über 25 Jahre ein solches Geheimnis zu hüten und auch ihre Kinder darüber nichts wussten. Er ist ein hartnäckiger Ermittler, der allerdings das Faulsein am Meer seiner Arbeit vorzieht. Und er ist jetzt in den Ferien und wird aufgrund dieser Tat aus den Ferien zurückgeholt. Und während die ganze Familie, also auch seine drei Kinder, endlich alle mal zu Hause sind, denn sie studieren außerhalb, sie arbeiten außerhalb, wird er von der Familie weggeholt. Mit Widerwillen macht er sich auf diese Spur und wird natürlich immer wieder auch durch seine Familie abgelenkt. Und seine älteste Tochter lebt mittlerweile in Frankfurt, in Deutschland und hat einen Rechtsanwalt, einen ehrgeizigen jungen Wirtschaftsanwalt sich geangelt und der allerdings ein bisschen auch das deutsch-italienische Missverhältnis in sich trägt. Wogegen Brottio Laurenti natürlich stänkert, mit mehr oder weniger Erfolg. Und seine Frau, die bereitet eine große Versteigerung, eine Kunstversteigerung vor, die wird ihm auch helfen. Denn sie ist die Fachfrau für einige ganz wichtige, große Bilder, Kunstwerke, die gestohlen wurden im alten Hafen von Trieste in einem Freilager. Und dahinter dann tut sich der ganze Abkund von Geldwäsche, von Schmuggel bis hin zum Mord auf. Und Brottio Laurenti und sein Staatsanwalt Skoglio sind sich zwar einig, dass sie suchen müssen, aber in der Methodik gar nicht. Trieste, die nördlichste Hafenstadt im Mittelmeerraum, mit ihren großartigen Palästen und einem relativ bequemen Leben, großer Reichtum, alter Reichtum und einer hohen Lebensqualität, wo vorgeblich die Kriminalität relativ wenig Rolle spielt. Und sicher, das ist richtig im Alltag, bei der Kleinkriminalität, aber die Stadt dient vor allem auch als Kulisse für große Drahtzieher, die als Grenzstadt eine ideale Basis brauchen und damit auch ihre schmutzigen Geschäfte in ganz Europa von hier aus steuern. Und es ist eine Stadt voller Widersprüche, es ist eine mehrsprachige Stadt. Es gibt keinen anderen Ort in Europa, da über mehr Grenzen Kontraste und Widersprüche verfügt, aber auch über die Brücken zwischen all diesen. Über 90 Ethnien haben hier ihre Spuren hinterlassen. Und das spürt man im Alltag sehr. Das prägt eine Stadt. Es ist sicherlich die europäischste Stadt, die man sich vorstellen kann. Nicht nur Italien, sondern auch aufgrund der geopolitischen Position in ganz Europa. Hier kommt alles aufeinander. Meer, Berg, Osten, Westen, Balkan, Westen. Die mediterrane Welt trifft auf die Welt des Nordens. Alte, riesige Unternehmen wie Generali Versicherungen oder die großen Café Röstereien treffen auf eine Universität, auf Forschungseinrichtungen. Und es gibt die Ränder der Stadt, wo alles nicht ganz so rosig ist. Natürlich verrate ich nichts, aber eine vergnügliche Lektüre, die wünsche ich sehr.